wie ihr schon sehen könnt spielen wir wieder minecraft wir gehen mal direkt ins vollbild modus wie ihr hier auch sehen könnt sind wir gerade bei einem baum wir haben hier noch ganz viele weizenkörner sehe ich gerade weise samen wir fällen erstmal die bäume müterlore keine ahnung warum man das machen soll ist auch egal scheinbar ist es irgendwie so ein sicherheitsdienst von den entwicklern hier von dem einkaufserver ist auch egal wir machen hier weiter wirklich die sekunde leute so wie dafür wenn ihr das öfters jetzt im video hört wir machen das erst mal weg warum habe ich nicht so wenige bäume platziert egal was wollte ich eigentlich ich wollte irgendwas machen leute wir können ja mal gleich in diese farm welt gehen da ist ein apfel die äpfel sind nämlich wichtig weil die brauchen wir auch zack 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 machen wir das hier alles mal so ein apfel da oben ist noch einer jetzt habe ich die erde weg da ist auch noch holz da ist auch noch ein wieviel holz ist ja eigentlich ich glaube jetzt ist da kein holz mehr setzlinge äpfel wieder zack zack erst mal alles hier einsammeln was hier rumliegt sagen ich gehe jetzt kurz erstmal woanders hin und guck mal ob ich noch irgendwas machen muss so wir bringen das holz erst mal rein falsch oder war das hier nee ich habe nämlich auch ein bisschen das shop system glaube ich erinnert ich weiß nicht ob ich das auf dem video gemacht habe also ich habe hier generell so paar shops entfernt und ein bisschen neue machen so das muss ich erst mal rein die eichenholz bretter brauchen wir auch dieses holz habe ich nicht das kann ich eigentlich im weg machen ob entfernen so dieses holz habe ich eigentlich auch nicht das könnte ich aber drinnen lassen das kaufe ich auch noch hier alles naja ich lasse es einfach mal drin äh genau ausverkauft das hier sind hier die ganzen äh äh diamantsachen und sowas ähm da muss ich auch noch mal gucken was ich damit mache ob hier überhaupt dieser raum bleibt weil eigentlich kauft man ja keine Rüstung ich könnte hier aber so Dias verkaufen vielleicht muss ich aber mal gucken so so warte dann bringen wir mal die Samen alle in meinem Lager ich weiß gar nicht äh ah doch eh ich habe das Lager ja ein bisschen also ich habe das Lager ja komplett geändert für die Leute die länger nicht mehr das gesehen haben ähm das Lager sieht jetzt so aus bei mir äh so dann suchen wir hier mal Samen 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 ah hier Samen Perfekt die sind alle voll also ich habe habe ich irgendwo noch so Pisten Erde ne das brauche ich nicht dann packe ich die einfach hier rein so Sticks 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 pack ich die halt auch hier rein ich habe so viele Sticks ey äh Eimer ja die kann ich immer gebrauchen Äpfel die beiden Sachen brauche ich noch die lasse ich in meinem Inventor so was ich jetzt mal kurz gucken will ist hier was ich in meiner Änderungswissen habe also Eisen habe ich ja gefarmt ein bisschen Fleisch zwei Schalker kriegst du denn warum sind hier Diamants Sachen drin warum habe ich denn hier Diamants Sachen drin äh das muss ich ja jetzt gar nicht checken schutz 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 weder also ich check gerade gar nicht warum ich das äh Diamants Sachen drin habe packen wir die auch gleich mal in den Dings rein so Samt Kies also das hier brauche ich ja immer für diese äh Farben und sowas Leder habe ich auch noch genug Farbes Warzuli habe ich auch noch Spawnersplit Elytra also hätte ich Raketen könnte ich auch mit benutzen Amboss warum habe ich hier Bruchstein drin also das hier sind so ähm die besten Sachen die ich habe deswegen ich weiß gar nicht ob diese Nenna White Pickaxe noch funktioniert ich habe sie trotzdem äh das hier ist eine Arte die ich mal irgendwie bekommen habe die ist auch signiert von Aqua also keine Ahnung Kisten brauchen ja auch nicht anders sein Eisen und sowas kann gerne hier drin bleiben und das ist auch ein Kopf von Aqua auch signiert vom zwanzigsten zweiten so wackeln Schärfe 4 Schärfe 2 ist am Mund drauf Schärfe 4 ist ja natürlich schon geil ne so äh das hier ist alles irgendwie mit Warpingsbums das ist Essen hmmm Leder Buch Piss Schaufel habe ich auch noch drin das habe ich auch noch drin Kies das bleibt schön hier das kommt da in die Ecke Essen kommt alles dahin so dann habe ich hier noch eine Schalker Kiste die kann ich aber auch alle da reinpacken öp dann packe ich auch nochmal da rein zack warum heißt die Rüstung und na egal ok dann packe ich das ja alles nochmal in meinem Lager rein äh äh ja man das ist ungenau so äh Effizienz 4 Effizienz 2 nehme ich doch lieber die hier so äh ich weiß auch gar nicht warum ich 2 extra so so Effizienz 4 genau dann fahre ich hier wieder rein so äh Fackeln kann ich einfach in mein Inventar lassen so Bruststein das ist auf der anderen Seite ich habe gefühlt heute gar nichts gemacht heute eigentlich wollte ich ganz was anderes machen aber äh ist auch nicht so schlimm äh Fichte ich sehe keine Fichte Hatzien und Holz und Schwarzeichen hab ich das einfach hier in den Eichen Dingsbums rein zack dann Bruststein das kommt hier rein Treppen da rein so Schilder die müssen auch hier irgendwo sein Schilder, Schilder, Schilder Schilder, Schilder, Schilder ah hier Schilder ich hab so viele Schilder mal gemacht die räue alle gar nicht ich soll fackeln da sie einfach hier in mein Inventar äh Weizen auch so dann würde ich sagen gehen wir nochmal in die Farmwelt Farmwelt so jetzt machen wir hier mal Day ne das ist ja der Spawn genau ich kann ja nicht Day machen so ist in 5 Sekunden teleportiert Please wait 1 more seconds ich nutze das einmal auf Englisch und Deutsch egal wir sind jetzt gerade mitten im irgendwas gespawnt ähm fix hallo ich will fix hey fix danke okay man kann aber nicht mehr mit dem Fix Spawn äh Spam tatsächlich da haben sie ein bisschen umgeändert okay hm warum leckt die Kacke hier so also hier ist tatsächlich nur Baum also hier ist nur Baum ja Leute sorry dass es gerade hier ein bisschen rum liegt aber ich kann tatsächlich nichts dafür ähm nicht Farmwelt äh äh hieß das ja nochmal Home genau Home Home Lava Sand genau Sand äh Home Sand so äh also ich sag mal so also es ist Dörr kein Sand mehr bin in irgendeinem Eisbiom gelandet absolut null Ahnung wo ich gelandet bin also in einem Schneebiom bin ich tatsächlich ja okay wir gehen einfach erstmal wieder zurück aber auch im zweiten Plot weil da müsste ich ja die Dings Farm gebaut haben ja und die ist auch gewachsen nice er hatte ich nicht hier so gleich baue ich auch irgendwann mal eine automatische muss ich mal gucken so so sack dann habe ich hier ganz viel Zuckerrohr äh für irgendwas habe ich das gebaut hier genau dann kann ich die hier nämlich platzieren sehen wir die hier erstmal überall äh nicht so man hallo platzieren danke so machen wir das auch einmal hier zurück ah ne da muss ja Wasser hin stimmt achso ah stimmt da muss ich ja jetzt hier Wasser hin machen hier muss Wasser hin okay dann mache ich das eben mit der Schaufel geht es ja relativ schnell boah da kann ich weiter runter war aber doch ein Bug so und dann brauchen wir nämlich jetzt einmal das Wasser und platzieren wir hier überall Wasser hin warte warte ist das gerade wieder gewachsen oder so hey hallo warum denn immer meine Backel so 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 dann machen wir hier nämlich eben das einmal hin so so dann können wir hier nämlich Erde hinpacken so perfekt so dann können wir hier nämlich Erde hinpacken so 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 zack machen wir hier nämlich unsere Zuckerroachbau ein bisschen mehr also ein bisschen erweitern so zack so so zack so 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 perfekt so so dann das bin ich nicht okay einmal muss ich noch und dann kann ich die Zuckerrodden Sachen hin platzieren Und dann war es das auch gut, dieser Folge. Achso, ich muss da noch einmal. Zack, dann laufen wir da einmal nochmal hin. Steh den. So, dann können wir hier unten ein Zuckerrohr platzieren. Wenn wir sogar was übrig haben, können wir es sogar noch hier auf der anderen Seite platzieren. So, also es wächst tatsächlich schon wieder nach, wenn wir hier wieder alles packen. Warum ist hier nichts? Ist doch hier auch was platziert. Das wundert mich gerade ein bisschen, warum hier wieder nichts ist. Eigentlich habe ich hier tatsächlich auch Zuckerrohr platziert. Aber das ist irgendwie weg. Machen wir hier auch nochmal eben hin. Ah, ich habe keinen Zuckerrohr mehr. Perfekt. Dann geht das kaputt. Jetzt weiß ich, warum das nicht... Warum das nicht zu mir kommt. Da hinten lag. Ich habe tatsächlich einfach noch zwei übrig. Zwei Dinge habe ich übrig. Zack, zack. Ohne, sogar drei. So. Okay. Dann haben wir uns die Zuckerrohr-Farm auch ein bisschen weiter gebaut. Ich weiß gar nicht, ob hier noch irgendwas anderes hin kommt. Also ich denke mal, hier werden noch andere Farmen hingebaut. Ja, aber die Zuckerrohr-Farm ist erstmal so das, was man jetzt wirklich braucht. Ähm, gerade weil ich hier bei mir alles, ähm, so, äh, verzaubern will. Und, ja, ich brauche jetzt auch sehr viele Level. Deswegen habe ich bei meinem Plot ja auch die Schweinefarm, weil immer wenn ich die tötet... Ihr wisst, was ich meine. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar da ab. Schaut außerdem auch im Discord selber vorbei. Der ist unten in der Überschreibung verlinkt. Ich habe jetzt auch einen Traumhagen. Eure Leute, euer Sando. Ciao, ciao.